es geht los ich habe angst also ich fahre nur gern berg hoch und das am liebsten am stück ich weiß gar nicht wo es lang geht rechts rein und rechts rein es geht los Untertitelung des ZDF, 2020 So, da können wir das Freiberg aber ein bisschen härter stellen. So, dann versuchen wir mal Trick 17 irgendwie ein bisschen dran vorbei, aber ganz freundlich und nett. Oh, der Boden ist geil! Das ist auch ganz schön flowig hier, oder? Ja, aber manchmal sind die Rabi in der Krupe relativ... Oh, ich find's gut, hier in meinem 29 Zoll, eng. Ach, du hast du das! Ja, ja, sicher, 29 Zoll! Ja. So. So, ich fahr mal vorbei, junge Frau. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber wir lassen einfach. Wir fahren da, da, da. So, aber jetzt ist es zu Ende. Sehr geil. Oh, dann geht's weiter. Dann? Ja. Weiter. Oh, das war ein recht kurzes Weiter. Ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Rechts. Wieder runter. Wenn einer vor mir fährt, sehe ich den ersten Teil gar nicht, aber ein bisschen Abstand lassen, dann geht's. Okay. Woah. Nichts, das. ja geil weinfädler wow du musst da weit vorausschauen wow 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 so ähm 2 1 2 1 2 1 wow wow hier ist es rutschig das war nicht schön das war nicht schön boah gerade gehts links immer ein bisschen weiter vorausschauen mit Chilli Lime sind so verkracken ein bisschen noch frisch der Boden ein bisschen weich ein bisschen rutschig mal gucken wo man lang fährt ach dankeschön vielen dank ah das ist sehr lieb dankeschön muss immer freundlich sein und nicht arschig die leute ärgern ja so halt mal abstand wenn man ein bisschen Ruhe bekommt die mich vorbeilässt oder nicht ganz egal der Trail ist hier eh schon zu Ende gefahrenstelle langsam fahren ja da gehts wieder rein so mal tryn auf das ist ein bisschen fein aber ja doch ja ok jetzt kann man weit oh du siehst du da links war wieder was ich hab's verpasst scheiße eine kleine Werbeunterbrechung eine kleine Werbeunterbrechung so so weiter gehts ok das ist der Grable 1 Gräble 1 aha das hier heißt Gräble ich hab's allein gekommen ah schon wieder nicht gut ok das ist ziemlich ziemlich cool hier aber man muss ein bisschen vorausschauender fahren dass man hier alles verpasst wie ich servus dann so ich ich jetzt ich das ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 Geil Das war ein ganz schön langer Trail, recht flach, aber doch sehr flowig Am Anfang mit dem Graben hoch runter, muss man ein bisschen schauen, dass man gut reinkommt Ansonsten ziemlich cool Oh, geil! Geil Das macht echt Spaß Geil 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020